Herzlich Willkommen bei Destiny 2, hier ist euer Herr Gamer-Logun. Heute ist der Xua in ETZ, Europäische Trollszone, in Geschwunene Bucht. Mal schauen, was er diese Woche mit hat. . Oh mein, ich schweiz, keine Ahnung. ich denke wir reden hast du etwas mit für diese woche heute hatte ich zur für diese woche für alle krateren erst mal für war auch fehlwinter selben um hier draußen zu überleben braucht man augen am hinterkopf dort fehlwinter ende des kriegs herrn aufgeladen nahkampf todesstoß erzeugen ein energieschub der zieler in der nähe schwächt finisher und todesstoß gegen mächtige zieler vergrößert den radius des schubs und verlängert den schwächeren effekt wie sieht das aus von titan verhängnis verhängen ist reißer schulterplatte fängnisse reißer schulterplatte niemand nennt das so verdammt ist ferner leere nahkampfkits geben super energie während seltener schild aktiv ist und laden nahkampfkits schildwurf auf was bei treffern dein super verlängert für den jäger raijus harnisch wer zähmen will was keine meister kennt muss dem sturm überstehen morius leiter drücke l und r1 bei gedrückt akustab vorzeitig zu deaktivieren das abwehr mit akustab konsumiert energie langsam langsamer wenn du nicht angreifst und beim abwehr wird keine zusätzliche super energie verbraucht und für diese woche legendär schrottflinte lord der wölfe durch diese recht allein herrscht ich scharpe 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 werfer fördert eine wuchtige kursdesanz seilhöhe aus solarschaden ab ornamente ohne spleiß kein preis sie wird es sein rudelführer kommando und für diese woche lichtvolk rüstung setz ich habe kein problem damit dass sie sich hier verschanzen aber wenn du mich fragst sind sie ganz wild darauf wie er diese große ball am himmel anzubeten das ist das letzte mal nicht gut ausgegangen der vagabund lichtvolk ruhe ich habe ich habe diese stadt eins gegen die gefallenen verteidigt wie es viele lichter getan haben die heute nicht mehr unter uns sind jetzt bieten diese mauern dem haus des lichts schutz ich könnte verbitternd sein aber es hat etwas poetisch lord shanks lichtvolk reifen meine eltern haben viel auf sich genommen um mich sicher in der letzten stadt zu bringen und sie haben einen hohen preis dafür gezahlt diese elixis mögen aus der seite sein und dennoch erkenne ich etwas vertrautes in ihren lichtvolk schutz es ist schon sehr lange her dass die elixis hoffnungsvoll zu große maschine aus aufblicken es ist ein ehre dieser moment zu erleben mit raps unter dem busen des reisenden mit dem eintreffen der pyramide und der aufnahme dieser elixis in der letzten stadt beschleicht mich ungewirklich das gefühl dass wir den krieg den wir führen nie wirklich verstanden haben aber ich glaube wir lernen jetzt schnell kommander savala mal schauen was denn exotische enigraben drin ist es war nie mein ach blutarchemist für die zwei braucht man die jenseits der lichterweiterung falkmond verfolge deine beute und stoße deinen klauen in die dunkelheit und die erzählung eines toten oh na oder fern sie endet alle gleich katerbasis so möchtest du wieder zurückkehren sag ich nur danke für zuschauen vergessen nicht mich zu abonnieren ein like zu drücken und einen kommentar zu hinterlassen euer herr gameru du brauchst meine gewisse tschüss bis bald bis zum nächsten mal bei desdem 2 tschüss 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 tschüss